Bis 1927 war der Film stumm und erst 1927 wurde der Tonfilm entwickelt. Vorher waren es die Silence Movies. Es wurde gestikuliert, gesprochen, aber... Deswegen gab es den Zwischentitel. Dieser Zwischentitel hat auch bis 1929 oder nur im Jahr 1929 bei der ersten Oscarverleihung einen Oscar gekriegt, weil es ein wichtiger Bestandteil des Films war, die Zwischentitelgestaltung. Weil man nichts... Ich höre nichts mehr. Und was machen wir jetzt? Ja ja. Aber assistir Mal kriege ist 45.000 Vater,